So, wir sind hier in Idstein an der Taubenberghalle. Das ist ja die Schulsporthalle von gleich drei Schulen. Und wir sind seit November hier als Rheingau-Tornus-Kreis auch in der Halle gewesen mit der Unterbringung von Geflüchteten. Das war für die damalige Situation notwendig, weil wir einen unglaublichen Anstieg an Zuweisungszahlen hatten, fast eine Versechsfachung und wir einfach kurzfristig Kapazitäten brauchten, bis wir jetzt dann eben auch neue Unterkünfte etablieren konnten. Das war damals eine große Aufregung für die Schulen, für die Vereine hier in Idstein, überhaupt für die gesamte Stadtgesellschaft. Und ich habe damals auch bei der großen Bürgerversammlung in Idstein, der Stadthalle, gesagt, wir tun alles dafür, dass wir im Frühjahr des Jahres 2024 am Ende auch diese Halle wieder freigeben können. Und heute ist dann der Tag Wort gegeben, Wort gehalten. Wir können jetzt zu Ende März die letzten Menschen noch aus der Halle umziehen in neue Unterkünfte. Dann bauen wir zurück, wir haben ja hier ganz viel eingebauten Schutzboden, Unterteilungen, Brandmeldeanlage, das wird natürlich alles zurückgebaut. Dafür brauchen wir auch mindestens 14 Tage. Dafür wollen wir die Osterferien dann auch natürlich nutzen, sodass dann mit Ablauf der ersten Schulwoche zum 22.04. wir anstreben, dass die Halle wieder von den Schulen, von den Vereinen vollständig so genutzt wird, wie wir sie eigentlich auch gebaut haben. Nämlich zum Sport und zu allem, was damit zusammenhängt. Mein Dank möchte ich nochmal ganz herzlich sagen, zum einen der Schulgemeinschaft, den Schülerinnen und Schülern, den Lehrern, die hier auch mitgeholfen haben, dass man das nicht nur getragen hat, sondern dass man wirklich sich eingebracht hat, dass wir hier ganz tolle Projekte auch hatten, dass man Austausch miteinander hatten, der Nachbarschaft, die das hier sehr gut aufgenommen hat, dass es auch sehr ruhig hier ablief, den Vereinen in Idstein, die sich toll auch solidarisch zusammengeschlossen haben und haben Hallenzeiten und Hallenkapazitäten geteilt. Nur so hat es wirklich funktioniert, dass wir das gut hinbekommen haben. Und am Schluss aber auch mein Team, weil am Ende haben meine Kolleginnen und Kollegen in den letzten Wochen und Monaten fast Unmögliches geschafft. Wir haben jetzt kurzfristig mehrere hundert Plätze aufgebaut in Eltville, in Kemel jetzt im ersten Schritt in der ehemaligen dortigen Kaserne. Und Zug um Zug geht es weiter. Hünstetten, Idstein, Wallow, das sind jetzt die Orte, wo wir auch größere Unterkünfte bis zum Sommer etablieren, um alle Menschen eben dann auch, die weiterhin ja zu uns kommen, entsprechend auch unterzubringen. Von daher ein toller Tag für Idstein, ein großartiger Tag für den Rheingau-Taunus-Kreis und auch ein guter Tag für unsere Demokratie. Denn die Bürgerinnen und Bürger sehen Dinge, die am Ende zugesagt werden, die kann man auch einhalten. Und daran arbeite ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen gerne auch weiter. Bis dahin alles Gute Ihnen und vor allen Dingen gesegnete Ostern. Bis dahin alles Vielen Dank.